Lernen gelingt am besten, wenn wir dafür sorgen, dass sich die Studierenden aktiv im Lernprozess engagieren. Und dafür müssen wir sie passgenau motivieren. Aber wie schaffen wir das? Der Begriff Scaffolding leitet sich vom englischen Begriff Scaffold-Gerüst ab. In der Bildung ist er eine Metapher für die temporäre Unterstützung der Lernenden. Wie ein Baugerüst auf einer Hausbaustelle hilft es auch in der digitalen Lehre beim Hochziehen der Grundmauern im Lernprozess. Und wie auf der Baustelle kann das Gerüst dann nach und nach abgebaut werden. Doch es gibt auch einige Unterschiede zwischen Baugerüst und temporärer Unterstützung von Lernenden. Zwei Beispiele. In der digitalen Lehre gibt es nicht das eine Baugerüst für alle. Als Lehrender stehen Sie vor vielen verschiedenen Lernenden. Und die haben unterschiedliche Vorkenntnisse. Sie haben unterschiedliche Lernstrategien. Generell haben Sie ganz individuelle Bedürfnisse im Lernprozess. Was bedeutet das für Sie in der Lehrpraxis? Orientieren Sie Ihre Lernunterstützung genau an diesen individuellen Bedürfnissen, Ihre Lernenden. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Beispiele könnten sein, Hinweise zum Lösungsansatz, Musterlösungen, weiterführende Erklärungen, praktische Beispiele oder auch Experten und Peer-Feedback. Das fördert die soziale Interaktion. Und das ist ein ganz zentraler Aspekt des Scaffolding-Konzepts. Dabei sind Unterstützungen darauf ausgerichtet, die Lernenden in ihrer möglichen Entwicklung zu fördern. Das Scaffolding-Gerüst passt sich flexibel an den Lernfortschritt an. Ein zentraler Aspekt des Scaffolding ist die Fokussierung auf die Zone of Proximal Development, ZPD, des Lernenden. Die ZPD beschreibt den Bereich zwischen dem, was Lernende bereits selbstständig tun können, und dem, was sie auch mit Unterstützung nicht mehr schaffen würden. Was bedeutet das für Sie in der Lehrpraxis? Fokussieren Sie Ihre Lernunterstützung zielgerichtet auf diesem Entwicklungsbereich. Lassen Sie Ihre Lernenden neue Fähigkeiten und Verständnisse entwickeln, die Sie noch nicht ganz alleine erreichen können. Und achten Sie gleichzeitig darauf, dass Sie die Lernenden nicht überfordern. Hierbei sind Kenntnisse über den individuellen Wissensstand der Lernenden sehr wichtig. Zumindest sollten Sie sich einen Überblick über die Bandbreite der Wissensstände bei großen Kohorten verschaffen. Dieses Wissen können Sie durch Eingangstests und Aufgaben sowie durch firmative Tests im Verlauf der Veranstaltung erlangen. Mit zunehmendem Lernfortschritt passiert Folgendes. Die Lernenden können immer eigenständiger arbeiten. Ihre Zone of Proximal Development verschiebt sich. Dabei entwickeln sich die Lernenden nicht nur fachlich weiter. Sie sind auch immer mehr in der Lage, selbstständig in einer digitalen Lernumgebung zu agieren. Entsprechend kann die Lernunterstützung nach und nach zurückgenommen werden. Das bezeichnen wir als Fading. Das Scaffolding passt sich also immer an den Lernfortschritt an. Und die Lernenden erhalten Schritt für Schritt eine höhere Lernautonomie. Mit der Scaffolding-Methode kann man Lernende in analogen und digitalen Lernumgebungen effektiv begleiten und passgenau fördern. Aber wie setzt man das theoretische Konzept in der praktischen Lehre um? Das Fünf-Stufen-Modell von Gilly Salmon strukturiert den Lernprozess für die digitale Lehre und passt ihn an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden an. Es begleitet die Lernenden durch zunehmend komplexere und selbstständigere Aktivitäten. Dabei verändert sich der Fokus der Lernunterstützung. Zu Beginn ist die Lehrperson sehr präsent, während die Lernenden hauptsächlich reagieren und Informationen aufnehmen. In den folgenden Stufen tritt die Lehrperson zunehmend in den Hintergrund. Die Interaktivität und auch die Eigenständigkeit der Lernenden steigt nach und nach. Als Lehrender übernehmen Sie im Modell zwei zentrale Funktionen. Erstens, Sie moderieren den Lernprozess. Und zweitens, Sie identifizieren Lernhindernisse, die organisatorische, fachliche oder auch technische Natur sein können. Dabei müssen Sie nicht auf alle Fragen Antworten haben. Aber als erste Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner sollten Sie immer auf Ressourcen für weiterführende Hilfestellungen verweisen können.